Ja, heute habe ich wieder mal gedacht, ein Video aus dem Büro. Es ist ja so, ich merke relativ schnell, haben die Leute das Gefühl, dass Internetgeschäft für meine Branche nicht taugt, weil ich will ja mit den Kunden persönlichen Kontakt haben, ich will mich nicht von den Kunden entfernen müssen. Was man vielleicht noch erwähnt haben muss, ist ganz wichtig. Ein Internetgeschäft heisst nicht, wir bewegen uns von den Kunden weg. Oder man ist nicht mehr näher an den Kunden. Ganz im Gegenteil. Ein Internetgeschäft hilft, näher zu den Kunden zu kommen. Halt einfach nicht bei denen, die sowieso nicht gewisse Relevanz für dein Geschäft sind. Das heisst, ein Internet-Business ist eine Brücke, um eben noch besser, noch effizienter und kostengünstiger zu kommen, die wirklich auch Interesse haben an den Produkten und Dienstleistungen, die du vertreibst oder vermarktest. Einfach das mal, um sich das durch den Kopf zu lassen. Hey, liket das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr weiterhin nichts verpassen möchtet, wenn es um Online-Vermarkt geht, abonniert unseren Kanal, hört uns freuen. Bis zum nächsten Mal, tschau miteinander.